Jede Abteilung eines Unternehmens benötigt Dokumentation. Von der Produktion und Logistik bis hin zum Personalmanagement und Nachhaltigkeit sind Prozesse von Informationen abhängig. Die Genauigkeit und Zugänglichkeit dieser Informationen sind daher entscheidend. Heutzutage bieten ERP-Systeme wie SAP leistungsstarke Lösungen, um die Dokumentation abteilungsübergreifend in Echtzeit zu zentralisieren. Aber was ist mit externen Unterlagen, die in das ERP-System integriert werden müssen? Bestellungen, Lieferscheine und Verträge, um nur einige zu nennen, kommen in einer Vielzahl von Formen an, einschließlich natürlich physischer Dokumente, die zuerst digitalisiert werden müssen. Einmal gescannt, muss ein manueller Prozess durchgeführt werden, um die eingehenden Dokumente auf den Unternehmensserver zu speichern und an bestimmte Geschäftsobjekte im SAP-System anzuhängen. Dieses zeitaufwendige Verfahren ist auf Faktor Mensch beschränkt und kann zum manuellen aufwändigen Nacharbeiten führen, Verzögerungen bei kritischen Vorgängen verursachen und die Effizienz des Informationsmanagements beeinträchtigen. Wie können wir das Routing und die Integration externer Dokumente in das SAP-System vereinfachen, um die Rückverfolgbarkeit und Vollständigkeit von Informationen sicherzustellen? Um dieses Problem zu lösen, präsentiert Biconix den benutzerfreundlichen SAP-Connector, der ihr multifunktionales Gerät in SAP integriert, für eine mühelose Digitalisierung und Speicherung von Dokumenten. Verwalten Sie eine Vielzahl von Geschäftsobjekten direkt von Ihrem multifunktionalen Gerät aus, einschließlich Bestellungen, Materialien, Kunden und so weiter. Erstellen Sie Capture-Queue-Einträge, um die Zuordnung von Dokumenten zu vereinfachen oder starten Sie beliebige SAP-Workflows zur Verarbeitung des Dokumentes direkt von Ihrem multifunktionalen Gerät. Profitieren Sie vom Dropdown-Menü und den Barcode-Scan-Funktionen, um Tippfehler zu minimieren und die Effizienz zu steigern. Verwenden Sie die Echtzeitverbindung mit SAP, um die Suche nach Geschäftsobjekten wie Materialien oder Kunden zu vereinfachen. Ordnen Sie den zugehörigen Geschäftsobjekten auf einfache und schnelle Weise geschäftsrelevante Dokumente zu. Rüsten Sie Ihr Unternehmen mit einer flexiblen und intuitiven Lösung aus, um die Leistung Ihrer Teams in verschiedenen Abteilungen zu steigern und Ihr SAP-System optimal zu nutzen. Rüsten Sie die Echtzeitverbindung mit einer flexiblenischen Rüsten. Vielen Dank.